Sie puzzeln gern und lösen jedes noch so knifflige Legespiel im Handumdrehen? Dann haben wir hier die ultimative Herausforderung für Sie, das unmögliche Puzzle von InFactory. 550 Teile sind für Puzzle-Profis eigentlich kein Problem. Diese 550 Teile haben es aber in sich, denn alle sehen sich sehr ähnlich und sind auch noch beidseitig bedruckt. Da wird schon das Sortieren zur reizvollen Aufgabe. Richtig spannend wird es dann beim Zusammenfügen der einzelnen Teile. Dagegen ist jeder Krimi eine lahme Veranstaltung. Ein absolutes Muss für alle, die gern puzzeln und knobeln. Können Sie eines der schwierigsten Puzzles der Welt lösen? Bestellen Sie noch heute und probieren Sie es aus. . .